So schön. Tolle. Eine gute Idee von mir, mal in diesem Jahr Urlaub in Deutschland zu machen. Mhm. Nicht ewig, die Spanien. Tolle Hause hier, die Berge. Wo? Hier, da. Oh. Danke. Bitte. Ich hab einen riesen Hunger. Du auch? Ja. Guten Tag, Herr Schafrack. Guten Tag, Herr Schafrack. Möchten Sie nicht vielleicht lieber drinnen Platz nehmen? Nein, bitte. Wir möchten hier diese wahnsinnig schöne Aussicht genießen. Ah, dann möchten Sie nur was trinken. Nein, nein, wir möchten ausgiebig essen. Haben Sie die Gewitterwolken gesehen? Ich glaub, das zieht genau zu uns rüber. Nein, das bringt nichts. Nein, nein, wir bleiben hier. Dann bring ich Ihnen die Speisekarte. Moment, was hast du von einer Zwiebelsuppe, dann Spaghetti und einen leichten Rotwein? Gut. Ja. Der ist einfach zu faul, das Essen nach draußen zu bringen. Oh. So, das haben wir gleich. Möchten Sie nicht vielleicht doch lieber drinnen Platz nehmen? Ich finde es hier langsam etwas kühl. Sollten wir nicht doch... Nein, nein. Das ist nur eine vorübergehende Brise. Es gibt noch eine Brise. Wünsche guten Appetit. Danke schön. Der Wein kommt sofort. Danke. So. Danke. Danke. Schmeckt's? Ja. Freut mich. Könnten Sie den Wein probieren? Gerne. So. Ausgeteigt. Alles gut. BVydifels Kurt afect? Es wird safe. Nachtisch gibt es Wassermelonen! Danke! Wir sind schade!